Gott ist fähig, die Jünger Jesu Christi ehrten ihn in der Öffentlichkeit. Sie sangen sein Loblied und gaben ihm königlichen Einzug in Jerusalem, die Jünger Jesu Christi ehrten ihn in der Öffentlichkeit. Sie sangen sein Loblied und gaben ihm königlichen Einzug in Jerusalem. Es wird berichtet, dann brachten sie ihm das Fohlen, Pferd, zu Jesus. Und sie warfen ihre eigenen Kleider auf das Fohlen, und sie setzten Jesus auf ihn. Und als er ging, breiteten viele ihre Kleider auf der Straße aus. Als er sich nun dem Herabsteigen des Ölberges nährte, begann die ganze Schar der Jünger, sich zu freuen und Gott mit lauter Stimme zu loben für all die mächtigen Werke, die sie gesehen hatten, gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Lukas 19, 35-38 Lektion Niemand verdient eine bessere Ehre als Jesus Christus, der einen freudigen Platz im Himmel verlassen hat, um auf die Erde herabzukommen, um für verlorene Sünder zu sterben. Alle Christen sind qualifiziert, Jesu Cheerleader zu sein, und wir sollten sein Lob bis ans Ende der Welt singen. Das Gebet Ich liebe dich, Jesus Christus, und ich bin sehr stolz auf dich. Ich danke dir für all deine Güte in meinem Leben. Besonders danke ich dir für deinen göttlichen Einsatz, den Himmel zu verlassen und auf die Erde zu kommen, um für die Sünder zu sterben. Mein Lobpreis wäre nicht angemessen, bevor ich sie als meinen Herrn bekannt habe. Deshalb bekenne ich sie leidenschaftlich zu Jesus Christus als meinem persönlichen Herrn und Erlöser. Ich schenke ihnen mein ganzes Herz und bin entschlossen, ihnen für den Rest meines Lebens zu dienen. Ich glaube, dass ich jetzt gerettet bin. Ich danke dir, Jesus Christus, für deine rettende Gnade. Alle Amen